Heute zeige ich mal, wie man in Affinity das an Objekte gleichmäßig verteilt. Ich habe jetzt hier einmal ein paar Vierecke vorbereitet. Und um die Vierecke jetzt in eine Linie zu bringen, markiere ich alle Vierecke und gehe hier oben auf Ausrichtung. Und jetzt kann ich hier oben bei Horizontal ausrichten, hier auf Zentriert gehen. Wenn ich jetzt mit der linken Maustaste auf Zentriert gehe, dann sehen wir, dass die Vierecke jetzt in einer Linie sind. Wenn ich jetzt auch noch den Abstand der Vierecke gleichmäßig verteilen will, gehe ich hier auf Vertikal ausrichten und mit vertikalem Abstand anordnen. Und schon haben wir unsere Objekte in einer Linie im selben Abstand. Dasselbe funktioniert auch in horizontaler Richtung. Ich habe jetzt hier wieder meine Vierecke. Jetzt markiere ich meine Vierecke, gehe auf Ausrichtung. Und in der Horizontalen Ausrichtung, wähle ich jetzt mit Horizontalem Abstand anordnen, um den selben Abstand zu erzeugen. Und bei Vertikal ausrichten, gehe ich dann hier auf Mittig ausrichten. Und schon haben wir unsere Objekte in einer Linie und im selben Abstand. Und das war's. Danke fürs Zusehen und Tschüss.